die würde ja dann zu allen seiten kommen aber sieht ganz schön aus ja 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 ich habe ja unglaublichen spaß dran mit solchen türmen herum zu experimentieren bei der ist wirklich sehr gelungen ich mich durchaus mal selbst loben nicht gedacht dass ich den so gut hinkriege dann machen wir noch schnell schnell ich habe weder dreck noch was anderes dann gehen wir schnell runter und holen dreck und was anderes holz könnte sogar noch reichen erwarte mal runter geht schon da schneller juppa die glas das reicht da noch bis zum ende dreck muss ich farben kann man noch ein bisschen stein mitnehmen holz ist so ein knackpunkt aber ich glaube es reicht ja mit das bett stehen gelassen und die zeit rennt gegen mich wo haben wir heute die zeit gelassen ich meine ich habe um vier habe ich angefangen aufzunehmen drei oder war schon vier ich weiß nicht ich habe dreimal einen doofus pass probiert bin dreimal so derbe gefällt oder warst du Das sollte auf jeden Fall reichen. Und dieses Mal legen wir auch das Wasser rein, bevor wir oben drauf das Dach bauen. Also das Wasser, die Stellen, wo das Wasser steht, ist ja quasi überdacht. Und bevor wir diese Überdachung draufziehen, also quasi hier, werden wir das Wasser reintun. Also quasi jetzt. Wieso geht der Wasserlauf dort ständig kaputt? Vielleicht habe ich einfach zu schnell genommen. So, jetzt erstmal schlafen gehen, sonst spawnen wir hier auf dem Dach nachher noch Viecher. Das muss ja nicht unbedingt sein. Gut. Dann können wir wieder zusammenpacken und dann ausstopfen. So, jetzt erst mal wieder vielleicht. So, jetzt kommt das Wasser rein. So, jetzt go. So, jetzt noch einmal drehen wir auch das Wasser dahin. So, ihr habt wieder einen Schlafen. So, jetzt kann ich mich in die Knoten ausprobieren. So, jetzt kommen wir wieder hier, Lekt более 5-0-0. So, und der hat... Ah ne, hör von wegen. Bin ja nicht mal ansatzweise fertig. Bin ja nicht mal ansatzweise. Bin ja nicht mal ansatzweise. Bin ja nicht mal ansatzweise. Und hier das Gleiche, nur in einer etwas anderen Reihenfolge. Vielleicht kriegen wir es dann noch fertig So und das letzte hier kann sein dass wir den wasserlauf noch einmal stoppen müssen um genau zu gucken wie wir das da unten machen aber erstmal brauche ich den wasserlauf zu sehen wie das da unten überhaupt aussieht von daher haben wir rein ich habe da oben irgendwo direkt drauf gelassen dann wieder wasser holen solange wie wir da unten noch nicht wissen wie es läuft lassen wir uns lassen wir unsere wasserquelle auch hier sind vier kabel blöcke die wir da einlegen müssen von daher ist das jetzt auch nicht so viel und 2 1 2 12 das gleiche auf der seite jetzt brauche ich hier wirklich das gleiche übrigens wenn ich jetzt ganz viel pech habe sind da und meine fackeln weggespült ich müsste ich jetzt runter und die holen aber dann muss ich auch wieder rauf also werden die fackeln als kollateralschaden abgerechnet einmal stein zweimal stein zweimal holz so jetzt noch bauen wenn ich glück habe liegen gleich die fackeln noch so 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 gucken wir mal dass wir sie noch kriegen so so also das wasser sollte von hier auf gefangen werden und von hier so so muss ich dann halbsteine drauf haben das gleiche dann von hier hinten Okay. Okay. Mist. So. Von hier sind wir trocken. Jetzt hoffe ich, dass sich das hier auch beruhigt. Wunderbar. Jetzt würde ich das Dach gerne noch ein bisschen ausschmücken. Müssen wir nicht mal Wasser abstellen. Hat alles wunderbar gepasst. Dann lassen wir es hier auch so. Dich brauche ich eigentlich so gar nicht. Lassen wir es so. Das heißt, hier kann ich wieder die Fackeln hinstellen. Dann wird das heute doch noch fertig. Fällt ja jetzt nur noch das Dach. Ich glaube, das sind hier noch vonй. It wird das hier. Ich bin hier froh. Und ich bin hier froh. Ich bin hier froh. Ich bin hier froh. Ich bin hier froh. So. So. damit wir hier nicht runterfallen jetzt noch eine kleine mauer davor 11 nicht ein bisschen vertan haben wir zum glück genug kabel so das dach soll zur mitte hin nach unten gehen das heißt wir gehen jetzt jeweils ein tiefer natürlich wird das jetzt auch wieder nicht passen ich versuche es möglichst passend zu machen so 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 jetzt haben wir zum beispiel die situation er hier bräuchte in der nächsten runde holz hier aber stein das heißt stein hat den vorrang hier das gleiche spiel hier hat jetzt auch stein den vorrang übrigens jetzt kommt das wirklich zu machen sonst bleibt nachher noch offen sehe auch recht unschön aus so 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 Zum Glück können wir jetzt schon von der Ebene aus arbeiten. Nee, Quatsch. So, es wird jetzt von Reihe zu Reihe entspannter zu bauen. Ich würde sogar fast die beiden hier weglassen. Ah, da kommen wir locker mit aus mit dem Holz. Vier Blöcke gesetzt und davon nur zwei richtig. Das ist Kunst. Oder armselig, je nachdem wie man sehen will. Ja. 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 Hier kommt Holz hin. Hier herrscht keine Einigkeit. Und jetzt ist es richtig düster hier, wenn man hochkommt. Das bleibt natürlich jetzt nicht lange so. Man kommt hier auch wirklich so gerade an. So, mal hier die Ecken durchgehen. Und dann gucken wir mal, wie es von außen aussieht. Also die Wasserfälle, das gefällt mir auf jeden Fall. Was mich jetzt interessiert ist, wie das hier aussieht. Ja, einigermaßen. Was man hier vielleicht machen könnte, damit es nicht ganz so tief fällt. Ach du Scheiße, waren da die Fackeln? Da waren die Fackeln dran. Na gut. Wo kommst du näher? Ah, da habe ich hier noch keine Beleuchtung dran. Na gut, wenn ich jetzt das dicht machen würde auf drei. Na gut, da war ich ist, dann hängen wir einfach die Fackeln hier auf. So. So. Dann kommt da noch eine Leiter mehr dran. Dann sieht es nicht ganz so flach aus. Noch irgendwo keine Fackeln. Ne, jetzt sieht es aber wirklich gut aus. Ja. Dann hätte die Fackel noch einfach da dran tun können. Also der Turm unten, das sieht jetzt schon sehr dunkel aus, bis unten das Wasser kommt. Na gut, dann ist er fertig und ich denke, das ist doch mal so ein Turm, da kann man richtig stolz drauf sein. Der Wasserrohr-Turm. Vielleicht hätte ich das Stück weitermachen können, aber hier wäre es halt viel weiter auch nicht gegangen. Und auch die Farben vom Weiten sieht das so ein bisschen kupferfarben aus. Mit ein bisschen Eisen drin, also wie so eine richtige Wasserrohrleitung. Auf jeden Fall ein Hingucker. So, aufräumen tun wir dann nächstes Mal. Bis dann, tschüss.